Hallo zusammen, mein Name ist Klaus Wittmer, ich bin Lehrer für Saxophon und Gehörbildung an der Swiss Jazz School in Bern. Bei mir steht ganz klar die Improvisation im Zentrum, also jener Teil des Stücks, in welchem das Saxophon-Solo kommt. Hier sollst du das Stück mitgestalten, mitprägen und dich wohlfühlen. Wenn du Ambitionen hast auf eine Schweizer Jazz Hochschule, dann bereiten wir vor allem im zweiten Semester des Vorkurses, also des Pre-College, die Anforderungen der Prüfungen an die Schweizer Jazz Hochschulen vor.